Die Hochschule ist ein Katalysator für gute Ideen und das hat wiederum was mit unserem Gründer zu tun. Gerd Bucerius war ja nicht nur Verleger, Jurist und Politiker, er war vor allem auch Unternehmer und er war gesellschaftlich sehr engagiert. Er hat eine große Stiftung ins Leben gerufen, von der diese Law School heute getragen wird. Und wir glauben schon, dass unsere Studenten auch die Verpflichtung haben, mehr zu sein als gute Juristen, sondern verantwortungsvolle Menschen in der Gesellschaft und das kann ich früh genug anfangen. Deswegen fördern wir dieses Engagement schon zu Studentenzeiten.